Hey Leute, mein Name ist EpicStan und mit dabei ist heute die Katja. Hallo. Und wir befinden uns hier in unserem wirklich richtig, richtig schönen Häuschen. Das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Wir haben hier zwei richtig süße Bettchen. Das hier ist dein Bettchen und das hier ist mein Bettchen. Oh, stimmt. Und Moment mal, wir haben noch einen guten Kühlschrank. Da haben wir unser ganzes Essen drin. Und Moment mal, hier haben wir Erdbeeren drin. Oh, das stimmt. Das ist wirklich richtig, richtig nice. Und schau mal Katja, wir haben hier vorne ein kleines Erdbeerfeld. Es ist so, so cool, dass wir direkt vor unserem Haus noch ein kleines Feld haben damit. Oh, das stimmt. Und schau mal Katja, hier ist es wirklich so, so, so schön. Wir haben hier einen richtig, richtig großen See direkt vor unserem Häuschen. Und guck mal, wir können hier ins Wasser sprengen und platsch. Oh, so cool. Oh, stimmt. Richtig, richtig nice. Und Moment mal, ich platsche hier ein bisschen mit dir. Ja, ich auch. Oh, das macht wirklich so, so viel Spaß. Und warte mal, ich habe eine richtig gute Idee. Und die wäre so? Moment mal, wir könnten hier ein bisschen Baumhiel rausnehmen. Und guck mal Katja, ich gebe dir die Hälfte. Bitte schön. Und damit können wir hier vorne unsere Erdbeerchen richtig groß machen. Und zack. Und bitte noch größer. Und zack, zack, zack. Oh, das ist hier wirklich so, so, so cool. Wir haben wirklich so, so viele Erdbeerchen. Und guck mal, jetzt können wir die alle ernten. Und zack, und zack, und zack. Die werden alle geerntet. Und zack. Moment. Guck mal, ich habe 39 Erdbeeren. Bitte schön. Okay, Moment mal, Katja. Dann würde ich sagen, ich lege die ganzen Erdbeerchen hier in den Kühlschrank rein. Und zack, so, so, so cool. Oh, du hast recht. Und Moment mal, das war vor unserem Haus. Das ist Thanos. Was macht Thanos denn vor unserem Haus? Was ist denn hier los? Und Moment mal. Hallo, Katja und Epic. Ihr müsst mit mir ins Thanos-Gefängnis mitkommen. Was soll das denn heißen? Wir wollen aber nicht ins Thanos-Gefängnis. Wir haben doch gar nichts gemacht. Was soll das denn? Oh, stimmt. Da will ich nicht hin. Das ist bestimmt richtig gruselig da. Oh, das stimmt. Das ist ja wirklich richtig, richtig fies. Katja, wir müssen jetzt einfach ins Thanos-Gefängnis. Ach, Mann. Schau mal, da stehen richtig viele von dem Thanos. Oh, das stimmt. Was ist denn hier los? Und schau mal, Katja. Unsere komplette Gefängniszelle ist einfach lila. Oh, du hast recht. Das sieht richtig, richtig schön aber aus. Ich mag das. Oh, das stimmt. Und Moment mal. Wir kommen hier ganz und gar nicht raus. Oh, was ist denn hier los? Wir sind einfach hier in der Zelle eingesperrt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Moment mal. Katja, was machst du denn da? Und Katja? Ja, was gibt es denn? Ich habe eine richtig, richtig gute Idee. Wir müssen hier unbedingt aus dem Thanos-Gefängnis ausbrechen. Oh, das ist eine echt gute Idee. Oh, Moment mal. Unsere Zelle ist wirklich richtig, richtig doll abgesichert. Und es ist wirklich richtig doll schwierig, naja, hier auszubrechen. Oh, stimmt. Oh, Mann. Okay, wir müssen irgendwas versuchen. Und Katja, die Zelle hier gefällt mir ganz und gar nicht. Hier ist auf jeden Fall richtig, richtig viel Heu auf dem Boden. Und, oh, Mann. Ich will hier unbedingt raus. Oh, da hast du recht. Das wäre echt, echt gut. Oh, ja. Und Moment mal. Schaut ihr das mal an. Wir haben hier in unserem Nachttischschrank ein paar Stickys und auch ein paar Steine. Das ist ja so, so, so cool. Und wir könnten aus den Steinen und aus den Stickys richtig, richtig coole Steinschwerter machen. Moment mal. So und so. Kommt mal, Katja, ich habe was für dich. Bitte schön. Oh, danke schön. Ich habe einfach ein Schwertchen bekommen. Wie cool ist das denn? Und Moment mal. Denkst du, damit können wir die ganzen Thanos wegschnitzeln? Oh, das ist eine richtig gute Idee, Katja. Aber warte mal. Damit wir hier aus der Zelle rauskommen, naja, brauchen wir hier die Keycard, damit unsere Zellentür aufgeht. Woher bekommen wir die aber? Hm, ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, warte mal. Wir könnten unsere Toilette ein bisschen verschieben und hinter die Wand schauen. Da können wir in die andere Zelle reingucken. Oh, das ist eine echt gute Idee. Okay, warte mal, Katja. Willst du die Toilette verschieben? Ja, will ich. Moment mal. Dann drücke ich jetzt. Die ist echt schwer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Festschieben. Das schaffst du. Oh, schau mal, Epic. Ich habe es geschafft. Ich konnte die Toilette verabschieden. Oh, sehr gut gemacht. Und guck mal, wir können in die andere Zelle reinschauen. Oh, das ist ja so nice. Und Moment mal. Hier ist eine Kiste. Und zack. Und hier ist die Schlüsselkarte drin. Wie cool ist das denn? Und jetzt können wir hier unsere Zelle aufmachen. Oh, was nimmt er dir? Oh, Hilfe. Oh Gott, Hilfe, Katja. Thanos greift uns an. Was ist denn hier los? Und zack, 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 zack. Die werden alle weggeschnetzelt. Und zack, und zack, und zack. Und ich helfe dir. Oh, richtig, richtig cool. Moment mal. Was ist denn hier los? So, und so, und so. Ihr werdet alle weggeschnetzelt. Und zack, 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 zack. Und schau mal. Ein Thanos hat die Schlüsselkarte getroppt. Und damit können wir hier durch. Das ist ja wirklich so, so, so cool. Und zack. Bitteschön, Katja. Vielleicht sind wir ja noch mehr vom Thanos. Oh, das kann sein. Und da kommt einer. Was ist denn hier los? Und zack, und zack, du wirst weggeschnetzelt. Und zack, und zack. Hier sind ja wirklich richtig, richtig viele. Und du wirst auch weggeschnetzelt. Und so, und so, und so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die sind ja wirklich richtig mies und fies. Oh, du hast recht. Und schau mal. Hier sind richtig, richtig viele weitere Zellen. Oh, das stimmt. Und zack, du wirst weggeschnetzelt. Oh, richtig, richtig cool. Das macht wirklich so doll viel Spaß, aus dem Thanos-Gefängnis zu flüchten. Und warte mal. Hallo? Oh, hier ist ja gar keiner drin. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Moment mal. Hier sitzt ein kleines Mädchen drin. Oh Gott, die Arme. Ja, was ist denn hier los? Sie wurde einfach von Thanos eingesperrt. Oh nein, das ist ja ganz und gar nicht gut. Und schau mal, Katja, Moment mal. Wir kommen hier nicht weiter. Wir brauchen eine andere Schlüsselkarte. Aber wo sollen wir die Schlüsselkarte denn herbekommen? Ich habe gar keine Ahnung. Vielleicht ist sie irgendwo in irgendeiner Zelle. Moment mal, ich schaue noch mal in die Nachttechnik. Ach, hier ist gar nichts drin. Oh, das stimmt. Schau mal, Katja. Das kleine Mädchen hat die Schlüsselkarte. Oh, Moment mal. Denkst du, sie wird uns die geben? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir müssen das kleine Mädchen richtig, richtig lieb fragen. Und vielleicht gibt sie uns dann die Schlüsselkarte. Moment, ich kläre das, ja? Ja. Du kleines Mädchen. Hallo, wir wollen dir nichts machen. Oh, du hast ja eine richtig, richtig schöne Kleidung an. Moment mal, ich wollte fragen, ob du uns vielleicht, naja, deine Keycard uns geben kannst. Das wäre super, super lieb. Oh, sie will etwas von uns. Sie will ein Äpfelchen haben dafür. Wir müssen ihr ein kleines Äpfelchen geben. Und dann bekommen wir die Keycard. Das ist ja so, so, so cool. Und Moment mal, ich habe gar kein Äpfelchen. Ich habe auch kein Äpfelchen. Ich habe nur ein Steinschwertchen. Aber das würde ich nicht gerne hergeben. Hm, okay, warte mal, Karte. Dann würde ich sagen, wir müssen nach einem Äpfelchen suchen. Und wenn wir ein Äpfelchen gefunden haben, dann können wir das Äpfelchen dem kleinen Mädchen geben. Und dann gibt uns das kleine Mädchen die Schlüsselkarte. Und dann können wir aus dem Thanos-Gefängnis flüchten. So cool. Moment mal, so und so und so. Und hier ist ja irgendwo ein Äpfelchen. Was ist denn hier los? In der Dusche ist hier auch ein Äpfelchen. Vielleicht ist hier ein Äpfelchen. Hallo? Epic, ich habe was gefunden. Schau dir das an. Moment mal, was hast du denn gefunden? Guck mal hier rein. Hier ist ein Äpfelchen. Oh, wie cool ist das denn? Okay, okay. Dann können wir wieder zum kleinen Mädchen gehen. So, zack, zack, zack. Hallo, kleines Mädchen. Wir haben dein Äpfelchen gefunden. Und bitteschön. Oh, und schau mal, sie hat jetzt das Äpfelchen bekommen. Und ich habe die Keycard bekommen dafür. Oh, so, so, so nice. Danke, kleines Mädchen. So, so, so nett. Und schau mal, Karte. Jetzt können wir hier die Keycard aktivieren. Und dann können wir ausbrechen. Aber schaut ihr das mal an. Hier sind richtig, richtig viele Thanos. Und, Moment mal. Das ist auch wirklich denn ein richtig großes Portal. Das sieht ja so, so, so cool aus. Katja, weißt du was? Was denn? Durch das Portal können wir aus dem Thanos-Gefängnis flüchten. Das ist so cool. Okay, okay. Du kannst die Keycard aktivieren. Na gut, bist du bereit? Ja. Und los geht es. Oh, Hilfe, Karte. Moment mal. Die Thanos greift uns an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, wir müssen alle wegschnetzen. Was ist denn hier los? Und zack, 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 zack. Lauf, weg, 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 zack. Hilfe, hilf. Ich bin gleich down. Oh Gott, Karte, hilf. Ich lauf raus, ich lauf raus. Hilfe, ich gehe hinterher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn hier los? Das sind viel zu viele. Hey, Epic, ich helfe dir. Oh, danke schön. Und zack, zack, zack. Ihr werdet alle weggeschnetzelt. Die sind ja wirklich richtig mies und fies. Und zack. Oh, ich bin gleich down. Ich bin gleich down. Gott, ich helfe dir. Ich helfe dir, ich helfe dir. Sorry, sorry, ich helfe dir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind ja wirklich so viele. Und zack, 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 zack. Ihr werdet alle weggeschnetzelt. Und ihr werdet auch weggeschnetzelt. Ich helfe dir, Katja. Und Moment mal. Du wirst auch weggeschnetzelt. Oh, so, so, so cool. Wir haben alle Thanos weggeschnetzelt. So, so, so nice. Wir sind wirklich ein richtig gutes Team. Oh, du hast recht. Es hat einfach wirklich geklappt. Und ich meine, gar kein Thanos ist mal hier. Wir können jetzt durch das Portal flüchten. Los, los, los. Ich will hier weg. Oh, ja. Okay, bist du bereit? Ja, ich glaube schon. Auf die Plätze. Fertig und los. Oh, schau mal, Katja. Wir haben es geschafft. Und Moment mal. Du hängst. Hier sind so viele Thanos. Moment mal. Weg mit euch, ihr werdet alle weggeschnetzelt sind. Renn, Katja, renn. Und hinter uns sind richtig, richtig viele. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn hier los? Das hat aber wirklich richtig, richtig gut geklappt, dass wir aus dem Thanos-Gefängnis geflüchtet sind. So, so, so cool. Und Moment mal, Katja, wir müssen alle weggeschnetzeln. Und zack, 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 ihr werdet alle weggeschnetzelt. Hilfe, Hilfe, ich bin gleich down. Und zack, 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 ihr werdet weggeschnetzelt. Und oh, das ist der letzte. Und so, und so, und so, und so. Oh, so, so, so nice. Moment mal, Katja, wir haben alle Thanos weggeschnetzelt. Das hat wirklich richtig, richtig gut geklappt, aus dem Thanos-Gefängnis zu flüchten. So, so, so cool. Oh, du hast recht. Das hat super viel Spaß gemacht. Oh, Mann, und jetzt haben wir es endlich geschafft und sind frei. Oh, ja. So, Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.